Bärtschie, eingerichtet hast, alles, gell, voll schön hast du auch mit. Brauchst du denn? Ich hoffe nicht, aber ich weiß wie er funktioniert. Weißt wie er funktioniert? Sehr schön, ja. Ich weiß wie die Haare und wie die Heimeln funktionieren. Wie schnell geht der Flieger? Ja, so 250 könnte man schon machen. 250 könnte man machen, ja. Was glaubst du, die heutigen Bedingungen und so, was ist da so drinnen? Wenn man da jetzt um die Thermik anschauen, die Bewölkung, nach was meinst du, geht da heute noch? Naja, es wird heute keine Riesenstrecken werden, aber es wird auf jeden Fall im Platzbereich, in den nächsten Umkreis wird es einmal sicher ein paar Stunden vergnügen sein. Na sehr, Schabertsch, und wir freuen uns auf deinen ersten Flug mit der Jeans aus dir. Und wir werden uns das ganz genau anschauen. ein bisschen durch. 100 Prozent einem durch. Musik Sonne lacht die Frigier entgegen, strafspannter Seidl Steil zieht die Maschine nach oben, bald schon bin ich am Ziel Ausgeklinkt genug frei wie ein Vogel, leicht steig ich empor Mein Flugzeug ist der Schlüssel zum Glück, bin ich nie mehr auf die Erde zurück Der Eiffel so blau und tief erdummt mir, die Berge, der Heimat, die Zähler, die Süd Die Schönheit, die Freie, das Glück, das ich spür Ich wünschte auch du kannst, wie ich das so zieh, dies war ein gutes Leben, ich lasse es sein Und wie ist es gelaufen, deine ersten Eindrücke mit der Jeans aus dir? Na ja, ein gutes Gelaufen, weißt ich, ein neues Motto ist immer eine Herausforderung und ist eine tolle Geschichte Sie sind viel zu klein, jetzt zwischen den Wolken völlig viel zu alt Musik 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 Musik